Hi Leute, wir machen heute eine Schaukel-Challenge und es gibt einmal Team Rot und Team Grün. Ich bin Team Rot, er ist Team Grün und wir machen es jetzt kurz. Wir müssen fünf Minuten lang auf dieser Schaukel bleiben und genau, fangen wir an und los. Okay, es wird klingeln. Okay, let's go Leute, ich bin immer noch Team Grün, ich werde das Ding gegen Hanna Banana gewinnen. Und Leute, jetzt like das Video und schreibt auch gerne in die Kommentare, wer denkt hier, wer wird die Challenge gewinnen? Ich berühre noch die Schaukel. Und man darf aufstehen, aber man muss immer noch die Schaukel berühren, weil sonst hat man halt verloren. Und das Ding ist halt, ich habe halt eine gemütliche Schaukel, weil es ist keine richtige Schaukel, es ist so eine Hängematte. Also, keine Ahnung, was das ist. Egal. Und ich kann mich halt auch so richtig entspannen und dann so reinlegen. Aber warum drehe ich mich? Wir werden Hanna. Leute, die Zeit ist abgelaufen. Und ja, wir freuen uns, dass wir das machen konnten. Und bis zum nächsten Mal. Vielleicht werden wir wieder eine Challenge machen. Tschüss!